Bitte sprechen Sie nicht um euer Rätsel. So, geht's jetzt? Ja. Warte, ich steh genau vorm Schloss. Rein mit uns. Irgendwann werden wir hier fertig. Ja, laut dem, was ich gesehen habe, ist das Gameplay echt nicht mehr lange. Allerdings hat diese Person, von der ich das gesehen habe, also nicht, was mich jetzt noch erwartet, nur... This is what I wanted. I'm going to become a knight. Even Callista will be mine. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm, was ich sagen wollte, ich habe nachgesehen, wie lange es ungefähr dauert, bei dem, wo ich das gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, was uns jetzt noch erwartet, nur gesehen, wie lange es dauert, also nur bis zu der Stelle, die ich kannte, gemacht. Äh, wollen wir das? Ähm, sind es ungefähr noch zwei Stunden, plus minus x, wenn ich mich doof anstelle. Oh, halt die Schnauze. Das ist Callista. Boah, halt den Mund. Dann können wir Last Story auch beenden. Uh, ich glaube, das wird heute zwar nichts, aber egal. So, wir müssen wahrscheinlich zu Callista. Wenn ich mich nicht täusche, ist das hier. Oder auch nicht. Gut, dann nicht. Aber so weit können wir sie doch gar nicht hören. Wir sind doch so weit weg. Wir sind nicht in den... Äh... Waren es die Türme in London? Ich weiß es nicht mehr. Die... Waren es Twin Towers? Ne, es waren nicht die Twin Towers. Ups, das war was anderes. Entschuldigung. Ähm. Ja, ja, wenn es heute nichts wird, dann beim nächsten Mal. Ja. Das ist wohl wahr. Irgendwann wird es was werden. Wir sind so weit in dem Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Ich weiß, dass ich früher beim Feuerteufel aufgegeben habe. Aber ich habe sowieso kaum erwartet, dass ich das schaffe mit dem Feuerteufel. Ups. Where are you? Entschuldigung. Oh, das ist dann sehr beunruhigend. Wenn nur ich es hören kann, glaube ich wahrscheinlich in die falsche Richtung. Natürlich kommst du in die Richtung aus der Richtung. Wir speichern eben noch einmal, weil ich befürchte, Schlimmes. Ich habe zwei Ideen, was es sein könnte. Entweder Kalista oder die Erde, die uns jetzt sagen will. Hey, guck mal, noch lebe ich. Aber wenn du das und das nicht tust, lebe ich nicht mal lange. Das heißt kämpfen. Das war mir klar, dass ich da runter muss. Und das ist nicht mehr Kalista. Ja. Ja. Wir haben es verstanden. Ich will nicht. Wahrscheinlich dort. Ich glaube kaum, dass es im Verlies ist. Kann mich natürlich auch täuschen, aber... Ist das Spiel immer noch laut genug? Sodass man es locker hört, obwohl ich quatsche? Guck mal, die Tür ist nicht mehr bewacht. Ob das so gut ist? Ja, klar. Jetzt taucht eine kleine Tür auf, extra für mich. Hier ist es eine Frauenstimme im Hintergrund. Das ist wohl wahr. Und sie singt eher weniger, als dass ihr eine Melodie immer wieder rauf und runter geht. Aber egal. Okay, da ist noch ein Speicher. Okay, da sind Skelette. Wir werden sowas von drauf gehen. Waren wir hier nicht ganz am Anfang? Ist das nicht der Ort, wo wir ganz am Anfang waren? Wo ich das mit den Mutterkomplexen zum Spaß gesagt habe? Das ist der Ort. Wir sind hier. Wir sind hier. Hier war nämlich die Wand. Wo ich nicht mehr weiß, was damit passierte. Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. Das ist so lange her. Ja. Leider, ja. Noch Kalista. Ah, okay. Es war nicht Kalista. Das hilft meinem Ohrwurm gerade sehr. Mit dem, was ich jetzt gerade fast gesagt hätte. Ach. Du weißt doch nicht, was dahinter ist. Das ist mein Kastel, das du runterkriegst. Deins? Aber warum sind wir denn dieses Schloss? Und warum waren wir denn schon dann hier drin? Das macht keinen Sinn. Vor allem gehört das noch zum Schloss? Und jetzt? Oh, oh, what are you? War es die ganze Zeit hier? Die Sau? Das hasse ich an solchen Spielen. Das ist immer... Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das alles auf einem Ort verteilt. Oder es ist von Norden nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das hasse ich so an solchen Spielen. Da ist es wieder. Ja, ja, die Unlogik manchmal. Ach. Happy Birthday. Er hat es auch verstanden. Und nun? Ich bin in die Untiefen von Hades. Also, anders ausgedrückt. Hades Welt. Ich weiß, was ich vergessen habe, bevor ich den Stream gestartet habe. Egal. Keine Ahnung. Nein. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich will nicht, aber wir müssen in der Story weiterkommen. Also, es ist unsere letzte Story. Last Story. Da ist der Witz. Entschuldigung. Oh, der Mysterium. Okay, wir gehen wieder. Kannst du wohl laut sagen. Vor allem, dass es eine Insel ist, die sich bewegt. Wo ist er denn? Was bist du für ein Scheißvieh? Was bist du für ein Scheißvieh? Boah, ich könnte jetzt schon kotzen. Wo ist das Scheißvieh? Ja, es trifft immer Kalista. Ey, sie ist eine von euch, ihr Blöden. Ich bin nicht schnell genug. Schreck mich das auf. Ich hatte gehofft, dass das Vieh irgendwann hier hinkommt. Aber scheinbar nicht. Jo, Kalista ist gleich sowas von platt. Und ich weiß den Trick einfach nicht. Wenigstens habe ich unendlich Pfeile. Ganz ehrlich, habe ich auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, um ehrlich zu sein. Ah, aber es ist verletzt. Ah, kotze ich im Strahl. Aber wenigstens taucht es immer in den gleichen Orten auf. Das Vieh ist immer in den gleichen Orten. So, Kalista, wach mal auf. Ich kann gerade nicht lesen, was du da schreibst. Gratzi, einen Moment. Kalista, aufstehen. Ja, das war's mit Kalista. Ja, komm, mach doch was. Mach doch was. Vielleicht wenn es auf mich, was auf mich abgesehen hat, dann können die anderen besser schlagen. Wer weiß das schon. Wo bist du? Ja, hier sind es zwei. Wollt ihr mich verarschen? Warum bist du doof, Gratzi? Was hast du gemacht? Er wurde doch kein einziges Mal gegriffen. Willst du mich verarschen? Das Vieh ist dafür bald platt. Gomell, du Sau. Ich weiß, dass du dahinter bist. Ach ja, komm, erledige mich. Macht mir nichts. Bist du platt, Scheißvieh? Ach, guck mal, ich kann mich ja beschleunigen. Sehr nice. Ach, dummes Vieh. Kannst du jetzt mal sterben? Du bist gleich platt, du dummes Vieh. Siehste? Was ist das da unten? Was ist denn Kalista-Cats? Ja, Kalista müsste richtig geschrieben sein. Nee, da fehlt. Nee, ist richtig geschrieben. Können wir hier am Bildschirm überprüfen, wenn man es auch lesen kann. Das weiß ich nie. So, wieder von vorne. Ist scheiß Vieh. Ja, da bist du ja wieder. Hallo! Oh. Ich bin gleich platt. Kalista, du musst heilen, bitte. Wegen Aristocats. Heißt da einer Kalista oder so? Ich weiß das doch nicht. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich Aristocats gesehen habe? Und dabei war es einer meiner Lieblingsfilme. Das war's mit mir. Kalista? Du machst dann gleich wieder Heilung, wenn du... Ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Die macht ja irgendwann noch Heilung. Boah, ich könnte so kotzen. Auf jeden Fall. So, wo seid ihr, scheiß Viecher? Ach, Kalista! Ja, das könnte ich eigentlich auch probieren zu machen. Ich weiß nur nicht, ob das das bringt und ob ich die Säulen hochkomme. Es scheint nicht. So, keine Ahnung, wie viel denn mal Heilung. Ich glaube, jetzt sind welche platt. Sehr nice. Das war's mit Kalista. Bist du jetzt überhaupt zu irgendetwas nütze? Blöde Kuh. Wie viel da sind sie jetzt noch? Einer. Einer. Ja, das würde ich auch gerne tun. Aber leider komme ich hier nicht hoch. Wie es scheint. Steh jetzt doch mal wieder auf, bitte. Danke. Wenn's eins ist, was ich gut kann, ist nicht gut kämpfen. Ha. Ha. Ich bin so mies da drin. Kann ja mal eben testen, ob ich hier hochkomme. Wie es scheint aber nicht. Wegen Wortspiel? Was für ein Wortspiel. Kann aber auch wieder Beschleunigung machen, sehe ich gerade. Er hat's endlich mal erwischt. Oh, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Ich bin so mies da drin. Ich bin so mies. Ja. Ich bin so mies. Nein. Wofür war denn nochmal der zweite Ladebalken da unter meinem Namen? Kann mir das nochmal jemand erklären? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Warum wurde ich denn jetzt erledigt? So ne Sau! Oh, komm nur einfach, du Sackgesicht. Oh, wir werden sterben. Der blockt die ganze Zeit, die Sau. Können wir nicht einfach weitergehen? Okay. 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 mit dem Vieh endlich was getan? Ja, wir haben mit dem Vieh endlich was getan. Happy Birthday. Sehr nix. Das wird nichts. Das wird nix. Callisto. Wie ist einer Callisto? Ich weiß das doch nicht. Ja, wie gesagt, wenn wir drauf gehen, dann ist das so. Ich weiß das so. Machst du das jetzt aus, bitte? Danke. Ich verstehe nicht, was du von mir willst, Kratze. Es tut mir leid, ich bin... Es ist mir gerade zu hoch. Ich kotze so im Strahlen. Wir sterben jetzt, weil ich den Trick nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Seinem Strahl ausweichen, ja, schön, aber sonst... Das war eine 50-50-Chance, wo er hätte sein können. Ich bin... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.